Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Martsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Bord. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Mein Führer, Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißt des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie hinzugebracht haben, Wurden zu lernen, wie man bester Glaube hält! Jahre lang, dass das B-Termal-Aktoren nur behiget hat! Es hat mich dagegen nur als Westpicken! Widerstand! Ich hab weggelegt! Es hat der Kult daran getan, um Jänner und Anhörer Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch hab ich allein, allein aus Misch des Geld, ganzer Rapper erobert! Verräter! Von allem einfach an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Zaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deshalb Berlin verlasse, dürfen Sie sich der Wald ist! Er jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! den mamy abonniert! Wenn Sie hier five stellen, ��? Oder? Ordnung! Und das war Sie diesen Berkauf? idet, Dieter adhere! Bis zum nächsten Mal.